Digibyte in 60 Sekunden. Digibyte gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Die übliche Abkürzung für Digibyte lautet DGB und Digibyte wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Was ist das Besondere an Digibyte? Digibyte gibt es schon vergleichsweise lange, deswegen hat es auch schon etliche Hardforks hinter sich, unter anderem um die Geschwindigkeit zu verbessern und sich vor Angriffen zu schützen. Außerdem hat Digibyte im Jahr 2017 als zweite Kryptowährung überhaupt Segwit integriert und weiterhin ist es bei Digibyte möglich, unterschiedliche Hashing-Algorithmen einzusetzen, um DGB-Coins zu minen. Dazu gehören unter anderem SHA256 und Script. Insgesamt wird es 21 Milliarden Digibyte-Coins geben, mehr sind nicht vorgesehen. Die durchschnittliche Blockzeit beträgt aktuell 15 Sekunden, nach einem Hardfork im Jahr 2015 von damals 30 Sekunden heruntergesetzt und als Hashing-Algorithmus können wie gesagt unter anderem SHA256 und Script eingesetzt werden. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war Digibyte in 60 Sekunden, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst und teilt es mit Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!